Ich wurde gefragt, was die schönsten Erlebnisse während der Ausbildung zum Hörakustiker waren. Eins davon war sicherlich, als ich einem Kunden die Hörgeräte angepasst habe und er aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen ist. Ui, wow, toll, so ist er aus dem Laden gegangen und wenn die Kunden so begeistert sind, reißt es mich einfach mit. Das ist es, was meinen Alltag so lebendig macht. Hast du auch Interesse an der Hörakustik bekommen? Dieses Jahr auf der EUHA, der Hörakustikmesse, kannst du als Schüler kostenlos teilnehmen, am 20. Oktober in Nürnberg. Ich freue mich drauf, vielleicht sehen wir uns ja.